Hallo und willkommen zurück zu Schönenjahs Let's Plays und Kingdom Hearts 3, dem Aton Remind. Wir sind in der letzten Stadt, in der letzten Welt, wo es dann darum ging, das Kingdom Hearts zu schließen und gegen Seatmour zu kämpfen. Hier sind wir jetzt aber in einem weiteren Stadtteil, wo mir übrigens immer noch zwei Kisten aufhören, weil wir hier Kairi verfolgen und nach dem nach dem letzten Herz von mir suchen. Ich glaube, ich weiß auch, wo es ist, aber ich würde eigentlich gerade wegen nochmal kurz rumfliegen, wegen Kisten. Stimmt es hier irgendwo ein, dem Wald? Hier bin ich ja bisher noch gar nicht dank, nur mal kurz drüber geflogen. Vielleicht auch eine offene Seitengasse nach? Aber sieht nicht danach aus. Ich glaube, es ist hier nicht drin. Letzter Teil. Unser Lieblingsfreund, den wir seit Jahr 1 kennen. 2-9-Live-Live-Kart ist gerade abgezogen. Die Blitz-Kart. Wahrscheinlich komme ich nicht immer zu meinem Finale. Weil der so kassiert. Und wieder Mana hoch. Jeder Boss hat uns immer Mana gebracht. Das war ja. So, aber stellt das jetzt das Herz dar, komplett, oder ist das nur so eine Art Schlüssel, um zum Herzen zu kommen? Es lädt. Das ist 5. Wie viele mehr? Es gibt 2 mehr. 5ze für D partido. Huh? Huh? Hahahaha. Hahaha. Warum bist du hier? Ich bin die type, die Schädelte von Kairi distrib DDT That was ihradasb portray. Natürlich bin ich hier. Kein Problem. Hast du alleine gekommen? Ja. Ha 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 ha! Hast du bereit, um den höchsten Preis zu bezahlen? Enough! Es sind nur zwei! Ich schaffe Kairi! Unfortunately, du bist ein bisschen zu leid. Huh? Oh nein! Es scheint, dass du verloren hast, um Kairi zu bekommen. Also hier bist du, wieder in Zeiten, die bereits übernommen sind. Aber jetzt, dass die andere, du, gekommen sind, bist du verpflichtet, das gleiche Feind. Was kann ich tun? Ha 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 ha! Aber das stimmt. Du bist fast aus der Zeit. Ich bin echt klar. Bekommen zu können! Vorher bin ich alleine herumgelaufen, jetzt bin ich wieder hier. Hoho! Oh! Oh, ich hoffe, ich muss jetzt nicht von denen wieder alle suchen. Okay. Von all den Pläten, die wir geholfen sind. Master Xehanort! Steuert. Die Winsch! Behold this town. Once the seat of power for all keyblade wielders, it is the Nexus from which all worlds spring. hier habe ich meine andere selbst kann die warte ist für kohlen Schönes Schild hat Goofy da. Schön in Herzformen. Da wir eh fliegen können und Ultima liebe Luftkommas können, das ist ja nicht schlimm. Können die fünf, die ich habe, mich nicht zu ihr führen? Was, wenn ich... Was, wenn ich die Herz von zwei mehr Gäste? Aber wie? Jeder hat mir immer gesagt, einfach zu folgen meinen Herz. Aber... Folgen meinen Herz. Herz sind alle verbunden. Sie sind verbunden. Tracke die Verbindung. Das ist es. 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 Zehn Stunden später. Es wird dunkler. Feine Schaudern. 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 Löcher. Jetzt kriegen wir mit, was mit der einen passiert ist, währenddessen ich den Bosskampf gemacht habe. Scheinbar. Whoa, whoa. Das ist ein sehres Problem. Oh, whoa. Oh, whoa. Danke, Roxas. 12, wir sind zu 8. Komm schon, wir müssen alle zusammen arbeiten. Verpasst uns an unsere Bremse. Riku, bist du bereit? Ja, wir können das tun. Los geht's! Luftangriff, Luftsprung. Alter, wie machen sie denn? Kein Damage. Bei jedem Finale gehe ich zu einem Charakter weiter. Okay. Ja. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Doppelverstanden. Wenn man dafür auch die Zeit hat, mit dem hin kann. Wir haben die Möglichkeit, dich zu retten. Was du nicht tun. Ja. Dank dir. Ja. Das war jetzt gegen zwei. Das war jetzt gegen zwei. Wir müssen alle beschützen. Ja. Jetzt sind die Mädels in der Mitte dran. Wir arbeiten zusammen. Ja. Okay, okay, okay. Feuer und Eis. Das hat Scham gemacht. Aber trotzdem ist er am Drittel weg. Der hat mitten im Kampf auf die anderen geswitcht. Wir haben die Heftabelt. Ja, ich bin nicht mehr da. Das war's für heute. Okay, ich hatte aber Reflekt drin. Aber eigentlich cool gemacht mit so einem Multiplayer-Camp. Ich bin beim ersten meistens zu früh gewesen und dann konnte ich nicht mehr fliegen. Die Dings-Attacke. Da bin ich. Das macht 6. So, auch wenn es blöd ist hier zu pausieren, aber wir sind bei fast 20 Minuten und wer weiß, wie lange die nächste Cutscene geht, deswegen machen wir hier einen Break und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao! Ciao! Ciao!